Deutscher Verband für das Skilehrwesen Die ersten Schritte mit Skiern Mache die ersten Versuche auf einer flachen Piste mit wenig Unebenheiten und festem Schnee. Abbiegen, die ersten Richtungswechsel werden aufrecht stehend. Der Skifahrer oder die Skifahrerin Einen der Skier so, dass er im Spitzenwinkel zum anderen steht. Die Schaufel respektive das Ende zueinander zeigen. Der Aufstieg im Treppenschritt wird hauptsächlich verwendet und kann mit dem Aufstieg auf einer Leiter verglichen werden. Die Unterrichtung im Treppenschritt. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020